Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's der Gordon, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Team Deathmatch im Spiel Modern Warfare 2. Wir sind auf der Map Terminal und ja, gerade eben hat der Lukas geschrieben. Wie was los? Oh, okay, Zeitüberschreitung bei Serververbindung, gut, kein Problem, jetzt spielen wir also Team Deathmatch auf der Rail. Das sollte uns dann auch nicht gerade großartig stören. Ähm, ähm, äh, hast mich was in WhatsApp gefragt, vor einer halben Stunde, ach Quatsch, das Zogger XD ist ja der Justin. Ähm, Moment, ich komme gerade nicht ins, äh, Interface rein von Steam, also warten wir kurz den Ladevorgang ab, der anscheinend durchaus sehr lange dauert, dass ich eigentlich nicht gut heißen kann. So, ja, jetzt aber, ähm, nee, nee. Passt, bin in der Aufnahme. Ähm, äh, so, wir nehmen die Runner-Klasse und jetzt rocken wir erstmal wieder, aber gleich muss ich erstmal nochmal den Sound anpassen, der ist echt zu laut, sorry Leute dafür. Ähm, da werde ich... Danke, Justin, äh, Justin sag ich schon, ähm, 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 doch, Justin. So, erstmal Aufklärungsrunde, ah, scheiße. Das war jetzt natürlich nicht so schlau, die Aufklärungsrunde zu aktivieren, während wir... So, haben wir die schon mal. Zack, weg die Sau. Oh, ich liebe G18 einfach nur. Wenig Munition, das ist nicht gut. Wechseln wir. Warten kurz hier. Weil... Oh, das wird's aber schlecht. Gut. Wir sind in der Führung, Predator Missile, Predator Missile gestartet. Erstmal die scheiß Camper hier wegrotzen, dann holen wir uns die Vorräte. Warten hier so lange, und dann noch mehr. Äh, danke. So, das K fehlte noch. So, was haben wir, was haben wir? Wir haben... AC 130 Gansch gesichtet. Ja, aber immer gerne. AC 130, wir kommen. Zack. Weg die Sau. Weg die Sau. So. Upsala. So sieht's nämlich aus. Thermalsicht. Sag mir mal, wo ein paar Gegner sind. Zack. Hier oben. Geschützbereit. So, das war unser AC 130 hat uns ein paar Kill beschert. Und wir haben... ...ne Hostmigration. Ach, schade. Ich war gerade so im Flow. Überbrückungsmusik. Zwo, drei, vier. Da geht's weiter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Aktuell 12 zu eins. Das sieht aus, als welchen Hacker. Bin ich aber nicht. Ähm... Blendgranate. 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 Zack. Die 18. Power. So, da ist ein Vermittler von mir gestorben. Da ist einer gewesen. Oh, da sind eine ganze Menge. Da sind eine ganze Menge. Schade. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wo sie sitzen. Ah, jetzt bin ich aber interessant gespawnt. Okay, da habe ich ein Gesamt-Text. Zack. Flaschen. Okay. Jetzt stürmen wir das Ding. Links von mir ist ein Geschütz. Das brauchen wir aber nicht. Hier sind ein paar drin, das weiß ich. Oh, das ist ein Claymore. Okay, die ist hochgegangen. Wir versuchen uns nicht mal von hinten zu krallen. Aufklärungsdrohne. Fuck, von links, von links, von links. Ah, scheiße, habe ich Waffe gewechselt. Ich wusste nicht, dass sie so nah dran ist. Tut mir leid, Leute. 17.3, das geht besser. Gut, da hat ein Kollege eine Aufklärungsdrohne gestartet. Ah, scheiße, ich dachte, wir wären eine Leiche. Ja, da ballert unser Geschütz ganz schön gut rum. Gesamt-Text. So, da oben sind zwei drin. Laut. Aufklärungsdrohne. Ist hier keiner mehr drin, okay. Aber da vorne krebs andere rum. Den bekomme ich aber nicht mit meiner... Um. Okay, da vorne hat einer... Moment, Moment, Moment. 3, 2, 1, jetzt. Scheiße. Wo ist er? Okay, der ist tot. Oh, das sind zu viele, das sind definitiv zu viele. Das sind definitiv zu viele. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Okay, da oben ist einer drauf, den kriege ich aber nicht mit der UMP. Zu weit. Schade. So, jetzt hoffen wir nochmal, dass wir hier in den Vorräten was Gutes drin haben. Die Deffen war kurz. Ach, ja. Mit der UMP habe ich halt nicht so die Reichweite, Leute. Deswegen... Lass ich mich auf manche Kämpfe gar nicht ein. So, schade. Munition brauchen wir natürlich nicht unbedingt. 1,25. Das ist unsere verbündete Cobra. Alter, das war ein guter Sniper. Da liegt nochmal eine Leiche. Okay, damit haben wir gewonnen. Schade. Der Typ hat mich in der letzten Sekunde noch bekommen. 1,20 zu 6. Gute Runde. Hat Spaß gemacht. Ja, das war der letzte Kill, der ihn quasi... ...mich überholen lassen hat. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Tschüss.